Heute steht ein Testländerspiel an und damit hallo nach Hause von Wolfus und Frank Buschmann. Stammformation finden, neue Spieler testen, taktische Varianten einstudieren. Es gibt viele Gründe für Testspiele auch auf Länderebene. Die Klubtrainer argumentieren allerdings gern dagegen mit der hohen Belastung für die Spieler. Im Prinzenbergstadion wurden ja bereits zwei EM-Finals ausgetragen. Zumindest eines davon wird den Franzosen wohl in ewiger Erinnerung bleiben. Ja, da war zum einen das EM-Finale 1960, aber vor allem, dass der EM 1984 das Frankreich mit dem überragenden Michel Platini 2 zu 0 gegen Spanien gewann. nur die Ereignisse, die im Hintergrund der Zisser und der Leiber den Knie gelassen. Es ist ein Grund, das zu öffnen, weil es nicht so gut ist. Und das ist ein Grund, das zu öffnen, dass der St. Ereignisse auch bei ihnen das ist. Hier ist eine Ausgabe von der St. Ereignisse. Die St. Ereignisse ist ein Grund, das zu öffnen. Der St. Ereignisse, die St. Ereignisse ist ein Grund, das zu öffnen. Und da sehen wir mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Zwei auf außen bedeutet bei Ihnen heute, Sie spielen eben 4-3-3. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sie spielen heute im 4-5-1-System. Auf dem Flügel haben Sie mit dem Franzosen Antoine Griezmann ein ganz, ganz heißes Eisen. Ja, das kann man so sagen. Der ist unglaublich schnell, technisch stark, extrem torgefährlich. Alles Faktoren, die ihn in Zukunft zu einem sehr wertvollen Spieler machen dürften. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Rigore. Er lässt den Gegner stehen. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Stand so. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Er trifft den Pfosten. Der Ball geht ins Tor aus und es gibt Abstoß. Und hier nochmal die tolle Aktion des Torhüters von eben. Souverän gemacht. Und ja, da kannst du als Gegner auch schon mal verzweifeln, wenn der es so hält. Und nun ein Pogba. Und ein Pogba. Der Ball kommt. Und den spielt er gleich wieder zurück. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Pogba. 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 Sanja. Andone. Pogba. Und jetzt haben sie den Ball. Pogba. Jetzt Pogba. 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 Pintili. Pogba. 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 Bimsk. Guter Versuch. Da hat nicht viel gefehlt. coraz Seriously. Got unfortunately. Mt味elssonenösen. Diasne. No-o-o-o. 42. Ma Tue. Pogba. 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 Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Standzug. Rigore. Standzug. Ha je. Evra. Jetzt könnte es gefährlich werden. Tolle Flanke. Der Ball ist weg, da kam die Flanke nicht gut rein. Jetzt Mathuridi am Ball. Evra. Er bekommt Hilfe. Mathuridi jetzt. Rami. Sanja. Sanja. Den spielt er wieder zurück. Standzug. Riesmann jetzt. Die Flanke kommt gut rein. Paul Pogba. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die Kanner, das hat er schon oft gezeigt. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Pintili. San Martean. Ein guter Doppelpass. Den Angriff blockt er ab. Klasse aufgepasst. Torje. Stanzu. Schirisch. Pintili. Pintili. San Martean. Zur Pause noch keine Treffer. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, ging bisher nicht über ein paar Ansätze hinaus. Das stimmt schon. Es ist kein mitreißendes Spiel. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Das war nicht gut vor dem Abwehrspieler. Stanzu. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Was ist im Aus? Es gibt Ecke. Auf der Bank ist Bewegung. Es wird einen Wechsel geben. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Bock war am Ball. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Pintili. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Die zweite Hälfte. Andone. San Martean. Super Flanke. Abstoß. Da war keiner mehr dran. Amacht hat. Der kam. En Großbring. Glückwunsch. 15�目. Da war gl photographers. ganz schwacher passversuch einwurf in tv ich sehe bewegung auf der bank es gibt gleich den wechsel sie riecht es teuer der kommt gut da kann der abwehrspiel erklären gut gemacht über die torslinie ecke und jetzt wechseln sie das ist das ist er ist aber der ecke sehr gut gut reagiert vom torhüter so verhindert er den rückstand in tili chips bock war jetzt diesmal jetzt bock war mal wird es jetzt gefährlich keine gute aktion schlecht verteidigt der ball war nicht platziert genug es ist man jetzt koste jenian war bock war jetzt kommt jetzt die flanke rein und was für die beten stehen sie kompakt aber kommen sie jetzt vielleicht durch und nun bei super flanke gute flanke aber mindestens genauso gut vom verteidiger san martin und ratz wann rats schauen wir uns mal an was die ballbesitz statistik sagt wolf ehrlich gesagt nicht viel das ist sehr ausgeglichen chips gleich gibt es eine auswechslung bei der heimannschaft wenn die liam ball jetzt so der ball kommt der passt ganz genau fast nur dann ins tor und hier sieht man noch mal genau wie der ball noch vom posten abgelenkt wird er passt aber auch wirklich ganz genau ein paar zentimeter weiter und er springt wohl wieder raus okay dieses tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen perspektive an so da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weitergeht und nun bock war sie stellen um auf eine defensivere taktik es geht jetzt darum kein gegentor zu kassieren man sieht hier ganz deutlich die neue taktik tief stecken das ist ein faul da muss er freistoß geben das ist korrekt es gibt geld die gibt vielleicht nicht jeder aber geht in ordnung auswechslung mal sehen ob sie durch die umstellung besser ins spiel kommen noch liegen sehen dass sie in den fünf jahren sind und dann muss stärken gegenununart in den fünf jahren sind ich weiß nicht der schuss hier wohl eher die falsche entscheidung muss ich ja zumindest völlig überhastet denke das zuspiel wäre besser gewesen und der ball geht ja meilenweit vorbei jetzt soll gleich wird hier gewechselt die gäste werden einen frischen mann bringen gute aktion gut geklärt das spiel liegt in den letzten zügen aber es ist nach wie vor eng es ist noch alles drin die führung soll jetzt verteidigt werden folgerichtig jetzt der wechsel unnötiger ballverlust und bei der nächsten unterbrechung wird hier gewechselt auf der bank ist bewegung es wird wechsel geben stand zu san martin noch ist hier nicht schluss vier minuten wurden als nachspielzeit angezeigt rigore quanti limon erst mal keine gefahr mehr gut gelöst alexander schips programm ganz sicher auch dieser ball kommt an wir fassen zusammen enge kiste in diesem freundschaftsspiel am ende trennt sie nur ein tor buschi knapp ja aber auch verdient sie haben mehr investiert das war gut was er heute angeboten hat ganz wichtiger mann bei diesem tollen sieg sein tor hat den ausschlag gegeben da hat er mal wieder gezeigt was er drauf hat das war nicht gut vom abwehrspieler stand so sehr gut gemacht vom torhüter weil es im aus es gibt ecke der ball kommt der passt ganz genau was nur dann ins tor das war Bis zum nächsten Mal.